Ich habe Dinge getan, es war nun mal meine Arbeit und ich schäme mich nicht dafür, dass ich sie getan habe. Nur das Wie lässt mich manchmal... Es gibt Situationen, in denen muss man harte Entscheidungen treffen. Verantwortung ist ein zweischneidiges Schwert. Es gibt immer Verletzungen. Ich gehe mit jeder Entscheidung, die Opfer gekostet hat, schlafen und stehe damit auf. Der Bonus tröstet dich nicht darüber hinweg. Spätestens in deinem kleinen Kämmerlein fängt es an zu zwicken. Aber du musst mit jedem Verlust klarkommen und dich dafür rechtfertigen. Keiner fragt dich wirklich nach dem Warum, auch wenn er dich fragt. Eigentlich steckt hinter der Frage nur die Aufforderung, die Verantwortung zu übernehmen. Es gibt viele, die achten darauf, dass ihre Leute gesichtslos bleiben. Material, Equipment, jederzeit ersetzbar. Manche kommen mit den Schuldgefühlen nicht klar. Das ist wie Krieg. Man funktioniert halt. Das heißt aber noch lange nicht, dass es funktioniert. Grozny. Das heißt, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das heißt, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das ist heilt die göttliche Kraft! Und wenn Sie den goldenen Schnatz fangen wollen, dann suchen Sie sich Idealisten. Der Idealist wird Ihnen sogar noch dankbar sein, wenn Sie im brühend heißen Kaffee in die Fresse schleudern, wenn Sie es ihm als Fortbildungsmaßnahme verkaufen. Das heißt, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das ist die göttliche Kraft!